Hi meine Lieben, na alles gut? Ich bin heute in Berlin unterwegs und werde eine Runde shoppen gehen. Das Ganze mache ich aber nicht alleine. Meine liebe Freundin und Arbeitskollegin Susan wird mich begleiten. Und dann werden wir Umstandsmode shoppen, weil mein Bauch der wird ja immer größer und ich passe gar nicht mehr in meine Sachen rein. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Ich bin da. Die süße Susi ist da. Und dann? Und dann? Oh Gott, hast du irgendwo gedrückt? Nein? Hast du irgendwo gedrückt? Ja, scheiße. Was blinkt? Ich glaube es läuft einfach schon. Wo hast du denn drauf gedrückt? Ich glaube da. Ja, ich glaube es ist einfach jetzt an. Man kann die auch anders beträtigen. Achso. Hast du gut gemacht. Du hast einfach angemacht. Verrückt. Ich habe einfach angemacht. Das gibt es doch nicht. Also wenn es nicht mehr läuft Isa, dann werde ich deine private Kamera frauen. Also Maus, ich führ dich jetzt ein in meine allerlieblings Boutique. Sehr gut. Und zwar ist da heute, guck mal. Yeah, Bäumungsverkauf. Also jetzt sieht es da bestimmt gerade mega wüst drin aus. Aber eigentlich so ein toller Laden und so eine tolle, wie heißt das? Perfekt. Beratung. Super, dann geh dir vor Schatz. Ja. Let's do it. Yes. Und rein und schlafen lassen. Hallo. Hallo. Was haben wir da? Einen schönen Pulli. Ach, schönen Pulli. So ein schöner Weihnachtspulli mit Glitzer. Ja. Sieht gar nicht so kuschelig aus. Sieht irgendwie aus, als ob der so ein bisschen knackt. Aber tut er nicht, ne? Darf ich anfassen? Deine Brüste. Hallo. Ne, ist schon schön. Ne, die nehme ich mit. Ich brauche so Oversize-Pullis. Den finde ich super. Und darunter habe ich ein Kleidarm. Oha, zeig. Ach, auch von jetzt, von jetzt? Ja. Okay. Show me. Das finde ich auch sehr gut. Oh, das gefällt mir. Zeig mal. Ach, das sieht hübsch aus. Oh, sehen Sie. Direkt Kompliment von der Seite. So. Danke. Das gefällt mir sehr, Isa. Sehr gut. Das nimmst du. Prima, am liebsten. Warte. Das ist eine andere Kombination. Oh. Das ist so ein Isa-Teil, ne? Ja. Das ist ein Isa-Schaf. Ein Isa-Schaf. Ein bisschen ethno. Ja. Ethno, vintage. Schön kuschelig, warm. Läuft. Genau. Sehr schön sieht das aus. Das nehmen wir. Super. All the single ladies. 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 Now put your hands up. Up in a cup. You just broke up. I'm doing my own the flame. You decided to dip here. And now you wanna trip with another brother. Notice me. I'm up on him. He up on me. Don't pay him any attention. Just crying my tears. Get three good kids. Also wenn das keine sexy Schwangere ist. Oh. Schön. Sehr viel schönen Dank. Danke dir. Und weil du meine Freundin bist, kriegst du heute richtig Rabatt. Alles klar. Steht zwar überall drauf, aber wir tun mal so, als ob es mein Verdienst wäre. So. Guck mal, ich habe so eine abstehende Strähne. Könntest du die richten? Nee, auf der anderen Seite, oder? Ach nee, die. Soll die so dahinter das Ohr? Ja, das wäre ganz nett. Die kommt aber immer wieder vor. Mann, siehst du das in meiner Antennen sagt Jakob immer. Ich empfange jetzt. Du warst eine super Shoppingberatung. Ich danke dir. Ich danke. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr Lieben, dann wäre ein Daumen hoch. Ganz toll. Da freuen wir uns beide riesig. Wir wünschen euch jetzt noch einen wundervollen Sonntag. Und dann bis ganz bald. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.